Hallo liebe Stillhalter! Zeitwertverfall ist nicht gleich Zeitwertverfall. Was ich damit meine, möchte ich in diesem Video zeigen, indem wir uns die Optionskirchen einmal genauer angucken und auch mit den unterschiedlichen Strikes, die wir wählen, zum Beispiel auch gerade für Strategien mit begrenztem Risiko, wie einem Bull Put Spread, hier dann auch unterschiedliche Erwartungen habe, wie schnell denn meine Option tatsächlich verfällt. Und ich denke, die meisten von euch kennen wahrscheinlich diesen Block, den wir mal über die Optionskirchen geschrieben haben. Das ist ein ganz wichtiger Basisblock, in dem auch die wichtigsten Informationen zu den Optionskirchen zusammengefasst sind. Ich möchte jetzt hier zwei Details daraus picken. Und zwar geht es einmal um die Komponente des Täters, also die zeitwertabhängige Komponente, und um die des Wegas, die von der Volatilität abhängt. Grundsätzlich ist es bei beiden dieser Komponenten so, dass, wenn ich jetzt Optionen habe, und das ist jetzt hier beliebiges Underline mit Put-Optionen, dass, wenn ich Optionen am Geld habe, also Add-the-Money-Optionen ist, in diesem Fall wäre die Add-the-Money-Option die 195-Optionen, dass hier das Täter am größten ist. Und je weiter ich dann aus dem Geld gehe, umso kleiner wird dann dieses Täter bzw. je stärker ich ins Geld gehe, umso kleiner wird es auch. Also am größten ist es Add-the-Money und wenn ich drüber oder drunter mich bewege, dann wird es entsprechend kleiner. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Wega. So, jetzt schauen wir uns das mal hier in Tastyworks an, und zwar für die Amazon-Option. Wir haben jetzt hier mal Optionen mit neun Tagen Laufzeit und wir haben jetzt hier die Spalte Theta eingeblendet. Die könntet ihr auch wechseln, wenn ihr hier draufklickt. Ihr könnt auch jetzt hier Wega einblenden. Wir fokussieren uns aber mal auf das Theta. Das Theta ist ja immer negativ, weil es immer an unserer Option nagt. Und wenn ich jetzt mal gucke, hier ist die Add-the-Money-Option, so bei 3.680. Da beträgt dieser Wert um die 290 absolut gesehen. Und wenn ich jetzt hier deutlich darüber gehe, habe ich nur noch 128. Und wenn ich jetzt hier deutlich darunter gehe, dann wird der Wert auch dementsprechend kleiner. So, warum ist das jetzt wichtig? Und gerade wenn ich komplexe Optionsstrategien Handel, ist das wirklich elementar wichtig, dass ich das verstanden habe. Ich handele jetzt zum Beispiel, ich sage, ich habe eine grundsätzliche Short-Idee auf die Amazon-Aktie und könnte das ja zum Beispiel mit einem Short-Call umsetzen. Jetzt verkaufe ich zum Beispiel hier der ersten Standardabweichung einen 3850er Short-Call, bekomme dafür irgendwie 1.380 Dollar Prämie. Theoretisch habe ich ein unbegrenztes Risiko, weil die Amazon-Aktie ja bis unendlich steigen kann. Und habe jetzt hier, seht ihr hier, ein Theta von 209. Also, dieses Theta arbeitet ja für mich. Jetzt sage ich, okay, nackte Call-Option auf Amazon handele ich persönlich auch nicht. Ich würde jetzt hier nur begrenzte Strategien handeln und handele jetzt zum Beispiel das als Bare-Call-Spread. Das heißt, ich kaufe mir noch eine Long-Call-Option dazu, zum Beispiel den 3860er Call. Dann habe ich ja ein begrenztes Risiko, ja, weil ich habe ja nur zehn Punkte Abstand. Zehn Punkte mal 100 sind 1000 Dollar. Abzüglich der Prämie sind ein maximales Verlustrisiko von 880. Erstmal schön und gut, aber was jetzt natürlich ist, ich habe jetzt natürlich auch hier eine Long-Call-Option dazu gekauft und hier arbeitet das Theta ja gegen mich. Also, bei einer Short-Option arbeitet es für mich und bei der Long-Option arbeitet es ja gegen mich. Und deswegen werden diese beiden Thetas, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist, miteinander verrechnet. Das heißt, ich habe hier 209 abzüglich 202. Also, wir betrachten jetzt nur die absoluten Beträge. Das heißt, ich habe jetzt hier statt vorher einen Theta von 209, das für mich arbeitet, nur noch einen Theta von 6, irgendwas. Und das heißt auch, dass so eine Option mit hier in einem sehr engen Spread, da ja da die beiden Theta-Werte relativ ähnlich sind, deutlich langsamer für mich arbeitet, als wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Spread weiter öffne. Machen wir das mal ein Beispiel. Ich mache jetzt mal hier 50 Punkte Abstand, das heißt, auf den 3900er. Dann hat natürlich die Long-Option ein deutlich geringeres Theta. Und damit ist auch hier die Differenz des Täters größer. Ich habe jetzt hier, vorher hatte ich 6, jetzt habe ich einen Theta von 36. Das arbeitet natürlich dann besser für mich, also rein aus dieser Verfallssicht. Und beim Vega, das können wir auch gleich nochmal nachspielen, aber da ist es genau das Gleiche. Rein aus dieser Verfallssicht ist natürlich jetzt hier es deutlich besser, wenn ich diesen Spread weiter aufmache. So, wir machen das jetzt auch mal für das Vega. Da seht ihr das Gleiche. Und zwar können wir jetzt hier auch das Vega auswählen. Ich habe jetzt hier, fange ich mal an, 3850er. Da habe ich einen Vega von 1,71. Wenn ich jetzt hier mir, das steht jetzt hier nicht in der Differenz leider da, aber wenn ich jetzt hier mir noch eine Option dazu kaufe, dann habe ich eben 1,71 minus 1,64. Das ist dann die Vega-Komponente, die für mich arbeitet. In der nackten Option sind es 1,71. Und so ist es nur noch die Differenz, also 0,07, die für mich arbeitet. Und auch hier, wenn ich natürlich den Spread weiter aufmache, dann habe ich eine größere Differenz dieser Vega-Komponente, die dann wiederum für mich arbeitet. Ich verrate es in diesem Video noch nicht, weil man möchte jetzt ja denken, okay, dann macht es Sinn, wenn ich den Spread einfach immer weiter aufmache, weil dann arbeiten ja die Optionskriechen für mich. Wenn ich den Spread auch immer weiter aufmache, dann bekomme ich ja grundsätzlich mehr Prämie, weil die Long-Optionen sind ja dann günstiger. Aber jetzt ist die Quizfrage, was arbeitet dafür gegen mich? Und was arbeitet immer stärker gegen mich, je weiter ich hier diesen Spread aufmache? Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, spielt mal auch gerade in solchen Plattformen wie Tastyworks ein bisschen mit solchen Komponenten rum. Schaut euch auch, wie sich da die Griechen dann verhalten. Man kann hier aus meiner Sicht sehr, sehr viel lernen. Und auch wenn man die Griechen jetzt nicht und die Black-Scholes-Formel im Detail studiert haben muss, solche Basiskenntnisse sollten für jeden fortgeschrittenen Optionshändler, also wie sich die Griechen verhalten an den verschiedenen Strikes, was macht es aus in den verschiedenen Spreads, die sollten wirklich dazugehören. Und zu kompliziert ist es am Ende vom Tag eigentlich ja auch nicht. In diesem Sinne, ich freue mich da auf euer Feedback und bis bald!